Ich komme ursprünglich aus der Nähe von Berlin, habe mich aber in die Hansestadt verliebt und liebe es hier in Hamburg Polizistin zu sein. Ich liebe diesen Beruf, weil hier ein Tag nicht dem anderen gleicht. Das heißt jeden Tag passiert etwas anderes, etwas was nicht vorherzusehen ist. Es kommen jeden Tag neue Herausforderungen auf mich zu und diesen stelle ich mich gerne. Für mich ist es wichtig, wenn ich Streifenwagen fahre und ganz normale Einsätze wahrnehme, bürgernah und freundlich zu sein. Wir sind für den Bürger da und sind der klassische Freund und Helfer. Oh, die Polizei! Kann ich Ihnen helfen?